Ryan Garcia wettet 2 Millionen Dollar auf seinen Sieg gegen Devin Haney, nachdem er im Vorfeld allen, wirklich allen dazu geraten hat, mit seiner Art und Weise, mit seinem Psychospielchen, wie er alle ja getäuscht und ausgetrickst hat, wirklich gegen ihn zu wetten. Er hat die Buchmacher wirklich dahin gedreht, dass es wahrscheinlicher ist, dass Devin Haney, der jeden Tag trainiert, der super confident ist und ja, diesen Ryan Garcia, der psychisch ja angeknackst schien zu besiegen. Ryan sagte bei der PK, er hat alle getäuscht. Jesus ist mit ihm und ja, hat hier auf jeden Fall bewiesen und den Leuten signalisiert, dass sie nicht alles glauben sollen, was sie im Internet sehen. Auch das Biertrinken im Nachgang war nur Apfelsaft gewesen. Also Ryan Garcia hat hier wirklich alle getrollt und jetzt noch mit dieser legendären Aktion 20 Millionen unabhängig vom Kampf gemacht, Freunde. Ryan Garcia hat ungefähr 12 Millionen bekommen, nachdem er den Kampf gewonnen hat, Freunde. Ja, das ist wirklich geisteskrank. Er musste erst mal 500.000 Dollar an Devin Haney bezahlen, weil er 3,2 Pfund Overweight war. Also 500.000 Dollar pro Pfund. Und daraufhin wurde dann halt jetzt enthüllt im Nachgang, dass Ryan Garcia eine 2 Millionen Dollar Wette auf sich selbst bei diesem Kampf gemacht hat und daraufhin dann 12 Millionen Dollar Cashout bekommen hat, was einfach nur krank ist. Also ich weiß nicht, ob das mehr ist als die Gage, die er sowieso für den Kampf gegen Haney bekommen hat. Auf jeden Fall kann ihm das alles so scheißegal sein, Freunde. Dieses Overweight, mit dem er da in den Kampf gekommen ist. Ryan Garcia ist halt nun mal schwerer und größer als ein Devin Haney. Auf jeden Fall ein bisschen. Die beiden haben schon sieben Mal gegeneinander gekämpft jetzt insgesamt. Die meisten Mal im Amateurbereich soll Haney gewonnen haben. Garcia hat hier wirklich geglänzt und ausgesehen wie das Beste, was er jemals war. Meiner Meinung nach super selbstbewusst, sehr confident. Und diese Wettsache, Freunde, wurde von vielen jetzt online als illegal bezeichnet. Damals wurde Floyd Mayweather sanktioniert im Jahr 2017 in Las Vegas, der Nevada State Athletic Commission. Die haben da nämlich ein Verbot ausgesprochen für Boxer, dass sie nicht auf sich selber wetten dürfen für gewisse Kämpfe, weil man ja auch beispielsweise einfach sagen kann, ey, ich wette 5 Millionen auf mich oder auf meinen Gegner und lasse mich dann einfach fallen. Gehe dann einfach K.O. in der 5. Runde und haben das dann halt genau so auch machen lassen, wie es dann halt in der Wette ist und dann halt ordentlich einen Cashout bekommen. Sowas geht in Las Vegas nicht. Aber da der Kampf der beiden in New York stattgefunden hat, gibt es da keine Sanktionierung, sprich kein Verbot gegen diese Wette, die Ryan Garcia halt dort getroffen hat. Insofern sind die 12 Millionen, die er da ausgecashed hat, legal. Ja, und er hat im Vorfeld gesagt, wenn ihr nicht auf mich wettet, würdet ihr euer Geld verlieren. Klar, kann alles passieren im Boxen. Bei Tank Davis hat er auch gesagt, dass er all sein Geld auf sich wetten würde. Das ist halt dieses Selbstbewusstsein, was du als Profikämpfer, als Profiboxer brauchst. Das hat er auf jeden Fall gut gemacht, hätte auch in die Hose gehen können. Israel Adesanya beispielsweise hat seine Wette verloren, indem er auf Devin Haney gesetzt hat. Auf jeden Fall super Sache. Wollte ich euch mal nahe bringen, Freunde. Was sagt ihr zu dieser Aktion von Ryan Garcia? Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Freunde, hier bei No Time in May.